Hey Leute, hier ist euer Brille. Ich habe ein paar Infos für euch bezüglich des Kanals im Moment, denn ich habe ja einen neuen Rechner, wie ihr alle wisst. Der auch einiges besser ist, aber ich habe ein bisschen Probleme, die Daten vom alten auf den neuen zu bringen. Und generell muss ich da noch einiges anstellen, da der Soundtimer nicht ganz so will, wie ich das will. Und ist aber nicht euer Problem. Ihr müsst nur wissen, diese und wahrscheinlich auch nächste Woche kommen die Videos ein wenig unregelmäßig. Ich habe zwar noch ein paar alte Aufnahmen, aber die sind wie gesagt auf dem alten Computer und da ist alles ein bisschen schwierig momentan. Deswegen sagt man nicht böse und freut euch lieber auf die neue Qualität, die dann kommt. Ich habe auch ein paar neue Ideen, bevor ich jetzt aber nichts genaues erzählen werde, denn ich habe sehr oft, dass ich Projekte plane und sie dann kurz vorher über den Haufen werfe und das möchte ich nicht mehr, weil ich den Eindruck habe, euch damit zu enttäuschen, wenn ich etwas ansage und es da nicht bringe. Deswegen überrasche ich euch lieber mit meinen Ideen, dann wenn sie kommen. Ansonsten möchte ich noch ankündigen, dass Kenji nicht mehr erscheinen wird, da ich leider den Eindruck habe, dass es nicht auch allzu viel Interesse stößt. Seid mir nicht böse. Wenn jetzt 100 Leute unter dem Video schreiten, macht das weiter, dann mach ich es auch weiter, aber sonst wird das erstmal pausiert. Ansonsten war es das mit der Info. Ich hoffe, ihr bleibt betreu und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann weitergeht in guter Quali. Haut rein, euer Brille.